Hallo liebe Kinder, ich mache heute mein Leibgericht und zwar holländischen Eintopf. Mal sehen, was wir für Zutaten haben. Da nehmen wir Möhren, Möhren und Gurken und Eier, 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 noch mehr Eier, ein bisschen Sprudel, deutschen Sprudel für holländischen Eintopf und noch ein bisschen Möhren, das Ganze fein abgestimmt mit holländischen Gewürzen und das Ganze braucht noch ein bisschen Spülmittel und das waren noch mehr Eier, noch mehr Eier, Kartoffeln, Kartoffeln sind immer gesund, da brauchen wir noch ein bisschen Kaffee, am besten noch mehr noch was und ein bisschen Kaffee, fein abgestimmt mit würzigem Kaffee, das ist lecker und das rühren wir jetzt um, lecker, ist gut, jetzt machen wir Volldampf, das nehmen wir hier Vollwaschgang, 95 Grad und 1600 Touren, super, das gibt ein Verhältnis. Musik 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 Hallo liebe Kinder, herzlichen Dank für alles. Wir haben sehr viel Spaß erlebt in der Küche, sowohl mit euch. Musik 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 Ich bin der Spanazau, bin ich von der Landsmoed. Mein Vaterland, getrouwen, bleib ich tot in der Tod. Ich bin der Pinsen von Oranien, bin ich frei und ververgert. Ich bin der König von Spanien, bin ich immer geehrt. Ich bin der Pinsen von Spanien. Ich bin der Pinsen von Spanien.